ja wir sind immer wieder alle vierte eins weiter bei jetzt kommt das erste Liga Spiel ne der erste Liga Spiel das erste Champion Liga Spiel Champion Liga Spiel gesundheit übrigens im Hauswart ne klassisch ist Rekord wieder aus so das wird jetzt nochmal eine ganze Runde spür den Liga in Real Sossi der Art oder wie auch so einfach mal gesund also ich glaub ich bin schon was ist das hier ist das ist einfach Respekt man da schießen wir die Flaschen hier ja ok macht selber wenn ihr es so sehen wollt kauf dir das Spiel und kauf dir das Spiel kauf dir das Spiel bleibt angedrückt also den den die Dienke war mal die Tietchen die Niederländer mit den Halt so er ist ja wieder die Hälfte und jetzt muss man wirklich mit Druck spielen sich spielen sind voll auch so ist es nicht nur die Haltlinie gelten ich bin alle alle und die ja also und sie sind aber einer Obentraum Alk-Hamburg ein Wiener die Wiener also dass die sie ernsthaft die die ist die Mieter vor Ort gibt es aufs Maulmann in den Diensten die Gäste und es kommt war und geht so okay also das ist jetzt einfach mal richtig gestimmt Eiliger sind wir gar nicht so stark vorgestellt wie der Realsort ja was auch immer war die Städte durchsacht der Pilschner um uns und Warte Fahrer Hachan hat schatten und er ist gut und fein und für uns jahre wir sind ja noch drei Jahre alt oder das wäre ja nicht aufpassen ja aber der war noch ganz vollsten sein mal klar er wird besser geschossen als der Pfund anruft so jetzt die Kartenwurfer Eiderin es ist auch so na das es ist ein kleiner das war ein Rundfunk die Gäste und das macht sie nicht was ab mit Kassel und was pass ganz es nicht passt und wenn er hat es nicht mehr aber ich habe auch nicht gezogen und passt naja ich wollte ja durchschauen da hat und heißt heißt ja aber dann auch wenn sie mal erlauben einschalten vielleicht auch wenn wir auf den Weg und die Reifen für die Begründung wir haben uns auch zu erledigen das sind sie nicht zu leisten und sie sind jetzt nicht nur ein Wunsch sieben Mieter und als Dauer ist ja also wir alle anderen einigen Fremdsprachen also wir haben jetzt nebenbei noch mal Fremdsprachen warum da ich trinke mich um die Latschen noch ein paar Meter und schieben mich da die Eier ab also das ist ja das ist spannend ja auf jeden Fall also in den ersten zwei Wochen haben wir noch kein Tor geschossen das er hat das dann die ersten weil auch schon aber auch was 8 Stil ja es ist mal ich mache es so und ich glaube du auch auch ob er das ist und sie werden aber ach so heißt du hast gemacht so wo weiter und noch ein paar Wörter erweckt ich sage es auch scheiß nur alle erhebenden und die St sind die sind weg wenn sie sich die beiden Gegner in den Sünder von Norden oder die Wiener haben das Leben alles gibt es nicht das gibt es nicht die Menschen zu nützeln ich sehe es schon von Alter, ja, so fällig, Mann AAAAAA 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 Ja, ich spiele auf und so, weil Leute Jaaa Juuu 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 ja das war ein Lupfer, das war ein Lupfer Muri Schaei in sein erstes Tor und das... Ich glaube, ich krieg' kaputt, also... Also, das erste Tor, muss man einfach mal schießen? Muss man einfach mal schießen? Ja, wir wollen das nicht länger spannend machen. Länger unnötig spannend machen. Aber nach einem Tor wird's noch spannender. Ja, weil die dann noch mehr Druck machen. Das stimmt, haben wir vorhin bei Hamburg gemerkt. Ja, also, in den letzten paar Minuten werden die dann ziemlich auf die Eier hauen. Auf die Eier werden die hauen, weil dann sind die kaputt. Ah! Ah! Wer ist denn Klaus? Klaus, Adria. Adri, du standst hinter dem... Ja, was denn, was soll ich denn da machen, wenn der durchsteht? Ja, ich hab lieber deinen Arm geholt. Ich spiel mit dem Ball am Schluss. Ah ja... Scheiße, Alter. Lange hat man die Führung nicht. Wir haben gerade so drüber geredet, dann macht nicht mehr Druck und man hat X-Tipp den Pass. Also, ich hab jetzt die auf... Das wird noch was. Komm schon. Boah! Boah! Ich hab' ich einfach umgeräumt. Ich hab' ich einfach umgeräumt. Und vor- und schimpf auch eine gelbe, wenn sogar eine rote. Das sind nicht bei Zwiebel als besser. Der ist richtig in die Wolken geschossen, Mann. Hat er denn Regenkropfen zu? Versuch zu schneiden. Ah, ich hab' wir auch nicht remاهículos, Und das Klepstensdruck queerfrei zu haben, Es ist das, was ich glaube hier meine, das ist nun mal Mutta countries. nachdem kann man wie offen haben muss. Mann, das ist noch ihr Platz, wie in Köln dunkel zum hier. Hier ist unser Moment alles vom ventilativen runterladen und aus dem schon. Und zwar irgendwelche Angst zu reden. es ist wahrscheinlich besonderes Tor ja, denke ich auch 45 Minuten jetzt muss ich mal noch zwei normalen schießen, weiter und dann dann auch noch mal zu spielen oh, oi die Befreiung ist es aber immer noch nicht, ne? nee, nee, auf keinen Fall das war 45, okay, jetzt ist gleich erstmal halb Zeit ich würde sagen, wir drücken jetzt ziemlich auf die Eier kurz auf Zeit, das sind diese Leute die drücken auf die Eier, das klingt so geil, Alter ich drücke auch mal auf die Eier, die Eier mach doch wie immer hier hinten gucken, ne? die Straftat mit uns ist ah! Mami! steht der Kieler gut, klar okay, die Bräge für die zwei aber ach! ey, ey, ey nein Neymar und so die Städte die Art der Schmerz genossen roten mehr er hat vorab oder er ist dahin und nicht mehr einfach mal ab und abgelagten zu und die die Erlösung das ist immer noch nicht die Allmösung das muss man einfach mal er hat noch die Erleichter die Überstattung ist man ganz schön und die alle leckten die Zeit auszuholen die die jetzt exe die zu den Städten und es geht und mit dem Haus dann haben wir sehen mehr das ist eigentlich egal, mein Gott ist ja auch zu lesen, dann machen wir mal an. Ha! Schicht! Ma! Warum steh ich zum Abschleif? Na, äh, warum? Sag uns das! Los! Und du stehst da einfach mal rum! Weil ich dachte, du bist fast eh nicht zu mir. Ja, du stehst genau frei. Nein, ja, also deswegen muss ich in der Parton, und das ist nur das Marksetzen. Wenn ich mal mal gut stehe, dass ich mal aus. Das klar war, ich glaube, immer nach oben. Es ist nur ein Blöden gut stehend. Wenn du dich bist, Hä? Hä? Säßig? Der Stolz? Der Stolz? Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich bin das. Ich bin das. sie jetzt geht es diese mal ich kann nicht passen die hauen ist mit gut also ich mich nicht vorlesen Pauli der Nord aber auch was ist gut aber er ist ja bei dem Passiermann gekommen ist hier nicht das gibt es nicht Robo gehalten in der Rundfunklein die Mauer alle haben sie bei den Stiftungen mit dem Norden weil ich habe es weiter die Tüte mit Schüttel was da ist so an den Rundfunk wo der Hälfte Aachen auf der Hälfte mit der Adresse aber bald hier oben Alter... Ich hab ihn... Los, los! Was ist das? Da! Ich hab's am Ball Das war das Spiel entscheidend Oh, geh ran! Was macht du denn so's? Warum geh der denn ran? Alter! schon mal die Stau und wo stehen wir schon alle das ist es gut das ist rot wo auch wenn wir uns jetzt nicht ganz gut geholfen muss noch traurig sind sie sind aus dem Grund weil Rotheffel ist wegen einem Verein da ist ein bisschen die Fassel gegen den die Lernin und er geht ja auch der Antwort zu da wechseln irgendwelche Menschen als Vorlieben das war aber der Torschütze zu tun in Frankfurt ist es zu schütteln von Frankfurt also auch Euro und die Welt an erregt die Anerkennung und sie haben und dort sie sind die Zulange können aber es ist das sind ein Jahr nach dem Mai der Abbruch manchmal macht er bei Prozent Prozent der Aufruktion aber es werden zu tun er ich bin so gut mitgenommen Wollte ich gar nicht so. Scheißalber. Entweder unsere Spieler sind so klein oder haben keine Springschuhe an. Kommt ihr genauso vor? Oder geht das euch auch so? Das sieht die ganze Größe aus. Ja. Was? Im Außendienst. Ein Erfolg freigeschaltet. Die spielen jetzt heim oder auswärts? Außendienst. Auswärts. Ausbau Wenn man das geht durch oder? Ich hab nicht so. Ich hab nicht so. Scheißalber. Ich hab nicht so. Das ist nicht so. Das wird es nicht so. Ich hab nicht so. Ah, sorry. Ich hab nicht so. Gott ist so. Der war nicht, aber aus dem Mimil kannst du nicht spielen. Ja, nein, normalerweise nicht, aber kam gar nicht so schlecht. Also wenn wir einer noch reingekritscht haben? Jetzt können wir ja wechseln. Oh, Mkitarian, oder wie er heißt. Ja, wir wollen hier kein Spiel mehr. Ja, war gar nicht so. Obermeyan reicht. Obermeyan. 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 So. So. Und? Es wird jetzt immer spannend. Naja, wobei... Doch, 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 doch. Es ist erst... Ach, 76. Wenn die jetzt noch ins Reihen herunter... Dann Obermeyan nicht hierher. Ah, Gott sei! Erik, hör auf zu schreien. Ja, das... Soll ich nicht immer leise? Ja, aber... Jetzt bin ich sehr zu laut. Was war jetzt? Also, unsere Auswechslung? Mal klar, wir, weil wir einfach... Weil wir es einfach können, haben jetzt ausgewechselt. Ja. Aber Obermeyan ist jetzt dann... Falls ihr diesen Spieler nicht kennt... Ich kann... Ich google die. Ja. Man kann ja alle Personen googeln. Ja. Aber wenn ich mich google, finde ich mich... Und das war stark. Neva, Entscheidung! Ah! Nee! Nee! Ich hätte die abdrücken müssen, aber der hat mich ziemlich behindert. Na, so ging's noch. Der hat dich ziemlich behindert, weil du behindert bist. Haha! Okay. Das ist echt besser witzig. Hä? Was hast du jetzt gemacht? Ich hab deine Oma... Du hast grad irgendwas an der... Information eingestellt. Ne, hab ich nicht. Wir haben die Gleichformation. Nein, wir haben... Also, Mono, mir dreht's im Kopf, weil ich heute noch nicht zu treffen hab. Warte, die noch mal aufgabe. Nee, es ist die gleichformuliert. So, unser zweites Tor mal mehr ari. 4-1 mittlerweile... So, also... Sehr spannend... Und jetzt... Und jetzt... Ein Wunderunger. Fresslos. Das ist gleich ein KitKat. Oh! 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 Wie schnell die ein Schnitzel. Bei... Schnitzel. Ja, we... Schnitzel. 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 Zweimal ein Dresen. Ah! Und eine Oka... Und eine Oka... Und eine Oka Ola. Lup, lup, lup. Von der Ola. Kompanie. Von der Ola Kompanie. Von der Ola Kompanie. Von der Ola Kompanie. Von der Ola Kompanie, aber. Ich heiße Augen, nicht lang. Ja, setz dich lieber hin. Doch, sonst würdest du nicht. Okay! Ich freue mich jetzt schon auf GTA. Ja. Ihr wisst nicht, warum. Nee, aber erst mal kommt dann noch ein Spiel. Ja, ich... Ah, jetzt steht sie da gar nicht mehr. Eine Minute nur. Ich geh mit dem ab. Alle, der gerade die Anlage gemacht hat. Irgendwie Spanisch. Ja, und ich komm mal huu. Ja, warte schon. Weil die ja aussehen. Und ich komm mal huu. Der Typ ist ja Spanisch hier. Das hieß das Auto mit dem Kennzeichen. Pörner 19. Äh, DD 19. Zwei mal lieber und das geht doch. Zwei mal lieber und das geht doch. Zwei mal lieber und das geht doch. Ja. Pff. So, da haben wir das aufgesucht. Begibt sich bitte umgehend zu seinem weißen Porsche. Sonst bombardieren wir den Porsche. Okay, bis gleich. Ciao. Ah ja, danke fürs Zuschauen und so weiter und so weiter. Also bis gleich. Ciao.